Die letzten Sonnenstrahlen im Oktober möchte ich für ein kurzes Update zum Zustand der Waldungen in der Oberlausitz nutzen. Dazu möchte ich nicht weiter ausholen, da Oberland TV bereits zahlreiche Beiträge zum Thema veröffentlicht hat. Also auf geht's mit einem Flug über meinen Hausberg innerhalb der Mönswalder Gebirgskette. Wir erkennen, dass die Abholzarbeiten aufgrund der Burkenkäferkatastrophe noch voll anhalten. Und noch immer viel Schadholz raus muss. Momentan werden sehr große Mengen abgeholzt und auf anliegenden Flächen gepoltert. Für private Waldbesitzer stellt sich die Situation besonders drastisch dar, da mittlerweile der komplette Fichtenbestand verloren gegangen ist und die Abholzung sowie die Aufforstung mit enormen Kosten verbunden sind. Diese Überforderung ist überall sichtbar und somit lautet der Appell an die Bevölkerung, den Wald nur mit äußerster Vorsicht zu betreten und Kinder unbeaufsichtigt nicht zwischen den Schadholz spielen zu lassen. Zu groß die Gefahr durch umstürzende Bäume und Rückstände der Forstarbeiten. Selbst die Kahlflächen sind nur eingeschränkt betretbar, da die Regionen ausgegrünt und durch zahlreiche dornige Sträucher kaum passierbar sind. Ebenfalls sind Lagerflächen des Schadholzes keine Spielplätze und Eltern haften für ihre Kinder. Bleibt zu wünschen, dass die Schadgebiete so schnell wie möglich abgeholzt werden und zeitnah gesunde Mischwälder entstehen und die Wälder wieder einen wichtigen Bestandteil der Oberlausitz einnehmen. Unterstütze auch du die Arbeit von Oberland TV, indem du die Beiträge teilst und den Kanal abonnierst.